Wo ist der Hörn schon wieder? Der rennt da hin in die Birke rauf und ran wie so ein Wiesl. Aber da ist ein Josef. Ah, eine Frage. Ich hoffe, die sind... Die sind... Ja, so vor Ort kommt der... Grüß Gott. Ja, hallo. Wer sind denn Sie? Ja, ja, ich bin der D-D-D-D-D-D-Ding, jetzt weiß ich, mir fällt mir grad... Der Al von uns bin ich. Grüße. Ah, hallo, okay, ja. Und Sie sind der Josef. Josef B. Der aller echte Josef. Der aller echte, ja, äh... Der Josef B. Genau, der rechte, rechte Josef. Ja, das hast du ja schon gesagt. Kannst du dir Josef sagen, oder? Ah ja, das ist ja kein Kassipfer könnte das sagen. Ah wunderbar, grüß Gott, grüß Gott, Mensch. Ja, grüß jetzt. Haben Sie ja eigentlich den Händler Kontakt hier, dass man ihn auf dem Hof bisschen... Entschuldigung, auf deinem Hof bisschen schaffen sollte, oder wie? Ach so, haja, klar, wissen Sie, mein Kreis, das tut schon ziemlich weit und ich grad auch die da heute mit einer Maschine rumfahren, wissen Sie das? Ja, dann zeigen wir mal den Hof, hätte ich gesagt. Wir haben noch meinen Bruder dabei, wir sind zu zweit, dann kriegen wir das schon auch, hätte ich gesagt. Ah ja. Und wo ist hier ein Bruder? Ja, der juckt den Händler auf den Berg rauf und runter, weiß es nicht, du weißt das. Ah, der schmeckt ja an dem Zwiebelnzahn nicht mehr gut, da. Also, sind Sie noch ein bisschen unterwegs? Dann machen wir mal ein bisschen da einen runter. Ich würde mal interessieren, was ist das da händler? Ist das ein Sieg, oder was? Was haben Sie da gefragt? Ach du, ah, Entschuldigung, du, oder? Ah ja, ich, ah ja, ich, der Josef. Hast du das nicht gebaut, oder? Ah, freilich, von den Händen. Von den Händen nicht gebaut, wie lange hast du das gebaut? Er war ein Schätz, Junge. Ha, ich bin schlecht im Schätz, da müssten wir erstmal ein Kolbe gönnen, dann können wir da sehen, wie das so was heißt, so eine Erleuchtung oder so. Ich gucke, ich habe sogar den Kreis nicht gekriegt. Er war, wissen Sie, seit, seit zwölf Wochen war der denkfädig, der Horn. Und sagenhaft, sowas bricht er mir auch aus dem Hoch. Okay, das ist brutal, weißt du. Sagenhaft. Ich kann mir die auslegen, oder? Ah, was, was, wie ich da auslegen? Was, ich kann mir einfach eben in der Schnee fahren, oder was? Dings, ja, Junge. Ja, keine Ahnung. Also, fahr mal. Geh mal auf, was? Was, fahren? Lauf! Lingen Sie hier auch ein Auto, oder was? Hey, da haben wir eine Karotte jetzt hier. Kannst du mir deine Geib geben mit einer Karotte? Ah, wawohl. Geht eine gute Suppe, oder? Oder hast du Hasen? Ah, Hasen. Wer hat da Hasen? Kann ich auch sein, dass du Hasen hast. Lauf nicht so schnell, weißt du. Ich bin immer so jung, so ein Himmel. Ja, ja, aber für's KW, für den KW, glaubst du auch schon ganz schön, oder? Ja, ja, ja. Und was ist denn das da alles von der Kiste? Ich hab ja das nie gesehen. Ja, das ist ein Eisrad, mit denen sind wir hergefahren. Oh, jesses Gott. Ja, also einen LKW muss man schon haben. Also auf dem Hof muss man schon einen LKW sehen. Ah, waaah. Guck her, da ist mein Karotte, mein einziger Wahre-Favorit. Heide neide, wie viele Stunden hat der schon? Ah, das will du nicht wissen, sonst will du mit dem Nehme fahren. Hä? Das kann ja schon sein. Aber ein Waffenschmiedemarkt Oberdorf, gell? Ja, ja. Da oben ist ja auch Zugspitze. Ah. Was ist denn jetzt so mein Weih, so mein Bohn da oder? Wär auch selber gemacht. Ich will ja nichts sagen, aber äh... Der Mann ist schon längst vorbei. Wah, Mann. Der Mann ist schon das ganze Jahr daheim. Das ganze Jahr? Boah. Ja, was denkst du denn du? Du musst ja schon halt den Tag daheim oder? Heide. Ja, bei Eis wird er in dem Nehme auch gebaut. Sonst musst du... Geht's ein bisschen mehr. Ah. Äh. Wann kommst du? Hä? Wann kommst du? Wann kommst du? Ja, von der Hof Bultmann eigentlich. Also wir sind die Bultmanns. Ja, ich weiß nicht, ob du das was sagst. Hm. Du sagst mir genau so viel wie... Wenn du mir sagst, was du hier hast... Also wir sind insgesamt dreieinhalb Stunden da zu dir gefahren. Ah. Ja. Mit dem... Mit dem Kleberkiste? Ja, mit unserem LKW. Genau, genau. Aha. Ja. Und... Ja, und... Wann will du jetzt daheim da tun? Ich hab's dir doch schon erklärt. Wir... Wir sind von... Wollen wir helfen? Ja. Das war der Deal. Weil Eis hat mir ein Fahrzeug gestohlen. Und wir haben jetzt den Deal, dass wir dir helfen sollen. Ja, die soll jetzt einfach daheim und es kommt... Wollen wir... Wollen wir so... Wenn ich jetzt meine ganze Schlüssel gehe... Und dann bist du mit der Haare noch einzig... Und dann... Sonst muss man das ganze Haus noch umgraben... Und... Und dann verpischt ich wieder nach 5... Tag, oder? Wie... Wie geht's da aus? Also anscheinend sind wir gebraucht für 2 Wohrherz-Kreise. Ja, ich weiß nicht. Das sind jetzt alle die jungen Leute da einzigartig. Die haben doch keine Ahnung. Einfach nix. Ja, dann zeig mir doch. Wenn ich den Hof hoch will, dann gehörst du von mir, ob sie in den Kuh gehen. Oder was? Ich weiß nicht. Du weckst dann im Kreuz. Ich sag's doch so, wie du da herkommst. Was hast du mal, mein Gruscht? Der Haar auf dem Bänkel? Da hütt mich gleich her. Komm, komm, hütt dich auch noch. Ja, komm, hütt dich her da. Ah, ja... So ist gut. Na ja, guck doch mal die schöne Aussicht. Da hütt dich an den Ort. Das ist ja bloß ein Bum... Ich hätte empfehlen, den Bummel rauszumachen. Der Wurzel hat mich wahrscheinlich bis in den Stall hinein. Ja, ich sag's doch, ich habe da da gleich eure Daumen... ja du der buch der ist 200 jahre alt 200 jahre du musst da ein zauberum zogen handgefertigt wie weiß ich war mal ein schreiner schreiner warst du das ist schon so brah aber das muss doch eher zimmer sagen wir so da hast du noch ein scheres kreuz ne gestillt hätte ich auch selber gemacht oder das guck mal auf das ist ein ladehre ach so ja das ist ein kreuz da hast du schon ein kreuz ne gebaut aber da siehst du kannst den hofstall hält selber gemacht aber so artgerecht ist das friedlich also unsere gierchen kreisrauslauf wie deine ah ja du kannst du da harte weiss mit dem pfuscht reinhauen soll dir ein weitererlegen oder das ist ja ja perfekt wenn du das kennst ich kann dir schon weitererlegen wenn du willst ja das kann schon mal du aber meine karotten die kenne sollten wir mal an oder wer das kennenzulernen oder also deine riebe ist deine weis häuser galben riebe oder karotten die misst du jetzt raus du was ist das ist erst eine mission was man ja genau er können wir schon mal wenn du sagst ich müssen draußen nehmen die natürlich raus ja das ist ja super hast du eine technik dafür oder oder muss man das schon organisieren oder wie sieht es aus wie sieht es bei dir auf dem konto aus das ist schon gut aus ich habe schon so drei vierhundert tausend zur seite packt aus ablos sei jetzt kaufers eingehen wiederholen der reichte man aber aber jetzt noch nicht unterreicht und reichte ja sowas das magst du mal da können wir nur bist so dalle ja ja ich war jetzt aber mal herriger hast du mich herriger ja du hast zum moment ja war ja auch so multi ding bist du jetzt war ja Ja, was denk ich auch. Aber ich war ja im Allgey, da muss man flexibel sein. Kennst du das Wort? Neu, flexibel kenn ich nicht. Ich hab ja auch noch ein Reservier von der Bundeswehr, der schon früher auch dient, oder? Oh, jesiesgott, jetzt kommt da wieder Bundeswehr da her. Wer war mit du da vom Bund? Wird gar mit dem Panzer kommen und mein Haus zähmerschießen, oder was? Oh, na, na, na. Ja, war ein Zähmer, Junge. Oh, ja, aber ich kann dir eigentlich, ich denk jetzt, ich kann dir zeigen, wie man am besten den Boden anfliegt. Ja, gut, lassen wir das, lassen wir das nicht, ich lass mich rein. Ich weiß nicht, wie du gleich da nach oben auf den Balken kommst, aber ganz schnell. Ja, lassen wir das Thema. Dann kannst du nicht gucken. Du gehst jetzt zum Händler nehmen. Wenn du da mal gekommen bist. Ja, ja. Wir können bloß über den Händler in das Andree fahren. Da ist ein Mann draussen. Jetzt bleib doch da, du verstehst mich doch nicht. Du hast gesagt. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, du gehst mal da an, ich bin über 80. Ja. Ich hab da gar nichts zu sagen. Ich sag was, was du an die Firma klären. Das, wissen Sie, du musst mit mir arbeiten. Nicht schneller wie ich. Ja. Dann bleib ich ja nicht mehr der schnellste mit 80. Ja, das wusst du auch nicht. Ja. Wenn du überhaupt so lange lebst. Ja. Mit dem Raucherei. Das merke schon, dass du Raucher bist. Ja. Schon, ja. Ja. Sollen wir gerade wieder in den Öste stecken? Ja, ja. Ich steck da gar nicht an. Du Junge da. Ja. Du gehst jetzt zum Arten aus. 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 Ja. Obwohl, der wurde eh da. Der ist nie da. Nie da. Und dann fährst du mit der Machee. Auch ich sag's, du fährst mit der Langsam. Dann bin ich ansteuerlich. Du kriegst nur eine halbe Million. Ja, ist aus Zeit. Fährst du da vorne. Weil du da in meine Riebe schon eingedappelt bist. Fährst du da vorne. Und dein Bruder. Soll da vorne der Fin schnappen. Oder umgehen. Das ist mir scheißegal. Da macht man auf jeden Fall nichts hin. Ja. Und dann dauert du das andere. Da musst du fahren. Und der neben dem muss neben dem fahren. Und das gleichseit ab. So ein Ding hast du. Ah. Jetzt. Ja. Du mal langsam. Kollege. So. Und nachfährst du mir die Sache. Das weiß ich noch nicht mal nach. Du mir die fährst. Da muss ich gleich. Wir machen ja die neue zweite Ecke noch ein Sido. So ein Hochsido da vorne her. Ich weiß nicht wie man es dort macht. So ein bisschen ein Fahrsilo kippen oder? Ah. 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 Jetzt. Hol einmal den Kacher. Und nach kommst du noch mal zu mir. Junge. Gehen wir gleich da. Und nach. Schwänzen wir noch mal. Okay. Gehen wir gleich da. Steckst du halt den Diesel schleider da vorne? Oder läuft die überhaupt mit Diesel? Die läuft ja wohl mit Diesel. Kein Elektro. Alles. Diesel. Äh. Ich hoffs einfach. Und jetzt hörst du da nah. Und es ist zurück drauf. Ich sag's. Mach keinen Anfall. Es sprichst du da vorne schnell rum. Und ich hock auf mein Benkel hin und du den beobachten. Ja gut. Ja gut. Ah ja gut. Aber ich schlafe. Die Sonne sticht halt ein bisschen arg. Du da auch durch Schattenfall. Das ich sieh hast. Und ich saß und pass auf mein Wallbogen auf. Und auf mein schöner Baum da vorne. Da machst du mich auch nix seh. Ja jetzt wo muss ich eine? Links oder rechts ins Ort? Ah links. Rechts komm schon hinten auch. Mensch. Ja gut. Also. Dann hol ich das mal an und hol die Maschee. Gell? So isch recht. WKL, WKL evtl. Länger im profit. 8,9. 10,9.